Armut geht unter die Haut Auch im reichen Österreich sind Armut und Krankheit eng miteinander verknüpft, so stellt ein geringes Einkommen, meist gepaart mit schlechter Ausbildung und daraus resultierendem Stress, ein großes Erkrankungsrisiko dar. Umgekehrt führte eine schwere und chronische Erkrankung auch hierzulande viele in eine sozialen Notlage oder Arbeitslosigkeit. Ein Gespräch mit dem Sozialexperten Martin Schenk über die Verbindung von Krankheit und Armut, und wie diese gekappt werden könnte. Frage, 460.000 Menschen sind laut Statistik in Österreich von Manifeste Armut betroffen. Wie wird Armut dabei definiert? Schenk, wenig zu verdienen, ist noch nicht Manifeste Armut, sondern Armutsgefährdung. Wenn aber ein geringes Einkommen, also weit unter der 800-Euro-Marke, mit einer bedrückenden Lebenssituation wie einer feuchten schimmligen Wohnung, Schulden oder chronische Krankheit zusammenkommt, dann spricht man von Manifeste Armut. In reichen Ländern wie Österreich wird Armut immer relativ, also im Vergleich, definiert. Man fragt nach dem durchschnittlichen Lebensstandard in einem reichen Land und wie stark eine bestimmte Bevölkerungsgruppe davon abfällt. Deshalb wird bei der Definition von Manifeste Armut ein geringes Einkommen mit einer bedrückenden Lebenssituation verknüpft. Frage, man hört es immer wieder, Armut macht krank und Krankheit macht arm. Wie lässt sich diese wechselseitige Beziehung beschreiben? Schenk, es gibt beide Dynamiken. Wenn man bestimmte Erkrankungen hat, vor allem schwere physische oder psychische Beeinträchtigungen, die am Arbeitsmarkt behindern oder es schwer machen, überhaupt einen Job mit adäquater Bezahlung zu finden, führt Kranksein oft in die Armut. Die weniger bekannte, aber genauso starke Dynamik ist jene, dass dauerhaft schwierige soziale Lebensumstände bestimmte Krankheiten hervorrufen. Sie geht aus dem österreichischen Sozialbericht klar hervor, dass die Manifest-Armen im Vergleich zur Restbevölkerung doppelt so oft krank sind. Wenn man Einkommen und Bildung kombiniert heranzieht, entsteht sogar eine lineare Beziehung. Je höher der soziale Status, desto geringer das Erkrankungsrisiko und desto höher die Wahrscheinlichkeit, länger zu leben. Umgekehrt, je niedriger der soziale Status, desto höher das Risiko, chronisch krank zu werden und früher zu sterben. Fragen der Ungleichheit sind also keine theoretischen Fragen, sondern gehen unter die Haut und haben ganz konkrete Auswirkungen auf die Lebensrealität von Menschen.